das hat ja wohl gut geklappt hier mit dem schnittchen also habe ich doch wieder genau wie angefangen wo ich bei der letzten aufnahme aufgehört habe gut dann würde ich sagen aber mal das laden hier ist alles geladen ist gut dann geht es weiter hier war ja halt ich muss noch meine koffer ein bisschen leiser machen das berühmt mich hier schon wieder ganz schön an naja kommt doch wie gesagt bestimmt gleich was das finde ich ganz gut dass man an die leiter muss rangehen muss wie das messer ist dreckig was war das finden sie einen weg finde einen weg zurück in zu deinem wagen ach so stimmt ja ich sollte ja bloß dieses komische ding dann festhalten okay ich habe mir gestern meine eigene videoaufnahme angeguckt ich sage ganz schön viel okay kann das sein ich glaube das müsste man das abgewöhnt checkpoint kommt doch stopp gleich was was ich auch mitgekriegt habe das sieht ja aus wie ein rotedendron rotedendron heißen die so was ich immer video mitgekriegt habe ist cool ich glaube von ziemlich vielen gegenständen vorbei ne kann man hier auch runterlaufen ich versuche es lieber erst gar nicht da ist eine leite ich denke mal dass das ein anderer weg wäre kann ich da gegenhauen oh 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 äh was ist das denn kann ich das töten das ist das denn das ist ja noch so ein bisschen naja wenigstens haben die nicht so viel ha 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 ah da kommen von hinten die scheißvieche puh puh waffen wir lassen die edelsteine was höre ich hier hier höre ich doch irgendwas Oder habe ich jetzt den Baum zerlegt hier? Nö. Ich glaube, da rechts ist irgendwas. Hä? Ich habe doch gerade ganz genau was gehört. Oh, da bist du das hier. Okay, lassen wir den Quatsch. Ich müsste muss man überall mal in die Gegend gucken, ob hier irgendwo wieder was mit Geld ist. 170 Meter noch. Knapp. Ich meine, war eigentlich der Laden wieder? Ah, siehst du. Das fand ich ja hier gut, wo ich das Video gesehen habe, wie er sein Maschinengewehr lädt. Das sieht ja hammermäßig aus, wenn er das Magazin so in der Hand dreht. Was, das wird ja immer mehr. Ich dachte, ich komme dichter. Trotzdem, die Gegend sieht schon hammermäßig aus hier. Und stopfen mal wieder durchs Gemüse hier. Ah ja. Was, wo denn? Noch von hinten. Genau. Immer diese Motherfucker, ne? So, was ist das hier? Das hat doch bestimmt irgendwas zu bedeuten, was da an der Seite hängt. Ah, das hat mit Gift zu tun, wa? Okay. Dann würde ich sagen, flitzen wir mal ganz schnell dran vorbei. Das hätte ich wahrscheinlich machen können, wo die mich angegriffen haben. Das vergesse ich aber auch immer wieder. Was ist das hier? Wände hochklettern. Einige Wände kannst du hochklettern. Ah. Ey, ich bin gerade im Wasserfall hochgelaufen. Cool. Wieder ein Checkpoint. Und drücke oder halte STG, um deine Fallgeschwindigkeit zu erhöhen. Fallgeschwindigkeit zu erhöhen? Warum soll ich denn schneller fallen? Oh, was ist denn das? Ah, Rüstung. Das bedeutet also, die Gegner werden immer stärker. Hallochin. Oh Mensch, du siehst ja gut aus. Ach, mit einem Hand, mit einem Arm kämpft ihr das aber schlecht, du. So, das habe ich genommen. Heilen tun wir uns auch wieder. Was das eh hier für ein schönes... Hm. So, gibt hier noch irgendwas? So ein Haus, ne? Ah, Töpfe. Uiuh. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Gut, hier gibt es nichts. Was ist das hier? Okay, hier gibt es keine Pinke-Pinke diesmal. Ja, dann würde ich schon mal sagen... Dann... Wartest du hier? Oh. Ist die auch kaputt? Oha. Gut. Oh, hey, ihr Leute. Du brauchst die Direktionen? Just take a sharp left through my sword and keep on going. Nice work. You deserve a hand for that. Oh, look. Hier ist was, was jemand noch nicht mehr benutzt. Oh, toll. Das kann ich dann noch nicht mal nehmen, oder was? Achso, warte mal, ich kann mich hier heilen? Wotja. Fussi. Noch ne Gnagnach. Glanzaspekt, okay. Okay, lassen wir mal den ganzen Quatsch hier. Wir müssen ja alles kaputt machen. Ah, hier war ja Feuer. Wieso habe ich das vorher nicht gesehen hier? Kann ich hier jetzt noch mal reingehen? Ne, jetzt ist es bestimmt zu, ne? Ne, das ist immer noch auf. Echt hier, ach ne, jetzt ist hier... Lass mich hier heilen, lass mich hier heilen. Okay. Oh, was habe ich jetzt aufgenommen? Na ja, okay. Ich denke mal, das war ein... Trainingslevel. Und jetzt wird es wahrscheinlich dann erst mal richtig losgehen. Oh, so cool. Dann fahren wir mal. Ja, eigentlich wollte ich ja schon längst aufnehmen. Was kann ich euch mal ganz kurz erklären hier, erzählen? Also dieses Nvidia Experience, das ist so ein... Ich meine, eigentlich ist es ja irgendwo ein gutes Programm, ne? Aber das ist so ein Müll. Wenn das... Wenn ein neues Update kommt... Och, jedes Mal brauche ich... Ja, ich will nicht sagen eine Stunde, aber... Oh, bis das wieder funktioniert alles, das ist so furchtbar. Ich könnte da... Ich habe bestimmt... Also wie gesagt, ich habe vorhin... So, sagen wir mal... Bestimmt 45 Minuten gebraucht, bis ich Experience wieder zum Laufen gekriegt habe, damit ich hier aufnehmen kann. So, was bist du für eine? Was meinst, wenn ich hier... Nein, lieber nicht. Okay, ich schätze mal, ich muss hier lang. Okay. Aber kann ich noch ein bisschen rumlaufen hier? Der sieht schon hammermäßig aus, da hinten. Okay, das ist kaputt, Mann. Also ich war das durch. Okay. Wow. Oh! Du, da hinten ist die Lampe kaputt. Oh, hier mit Lichtschranken. Wie die Tür auf. Tja, ist schon bemerkenswert hier. Mamushi Heika, vielleicht ein kaltblöderer, sociopathischer Mobboss, aber sie weiß, wie zu dekorieren. Sag mal, alter, standst du nicht eben gerade draußen vor der Tür? Hey, du hast einen Zwillingsbruder. Ist ja immer ein lustig. Und du auch? Jupp. So, Chefin, wo bist du? Uh-ha! Fuckin' ja! Giftbull. Haha. Ich sehe. Es hat ein Verrückte, Herr Wang. Smith, was du hier machst? Du arbeitest für diese Be... ...nice-Lady-Tuch? I am in no one's employ, but my own. You two know each other? Smith ist mein Mechaniker. Ich habe mein Auto ein paar... ...dozen-Times. Ich bin hier für Personal-Business. Komiko hat mich verloren. Die Birthday-Girl? Das bedeutet, okay? Es wird nicht mehr Buss für dich, wenn du nicht schütztest, deinem Mund zuhörst. Oh, I see what's going on. The Big Boss' daughter got lost on your watch. Do I smell a beheading? More importantly, do you think they'll sell tickets? I'm afraid the situation's quite serious. For some time, she's been worried that Zilla has found her out. And today, she was due at my garage at four. She is never late. Whoa, whoa, whoa. Rewind. Zilla? Orochi Zilla? Yes. She was working in his labs. Undercover. Oh, he doesn't like that kind of thing. I'm organizing a rescue mission. Zilla's security is legendary. They wouldn't get past the front desk. And what would you suggest? Go in quiet. You send one guy. Preferably one that knows his way around. Are you offering your services? Depends on what you're paying. One hundred thousand. Cash. Ah. That should please my accountant. I still have a few old badges and a couple fakes. I can get in and at least tell you what you're dealing with. Go then. Find out what happened. Bring her back if you can. Back here? No. This is the first place they'll look. Take her to... I have a secluded location. You may use. Okay then. Take her to the old man's place. Bring her to my garage. I'll meet you there. What do you want me to do with this? I can give it to her. When I see her. Luang. Yes. Don't fuck this up. If she dies, they'll be picking your fingertips out of my gardens for weeks. Lady sure knows how to motivate her workforce. Intimidation is the tool of the fearful heart. Hey. It beats being the fool of the tearful fart. That's deeply stupid. But it's true. Fair enough. Get out of here! Hol dir deine Belohnung von Mamushi Haikas. Meine Hilfe, die haben ja ein paar Namen hier alle. So, wo ist das? Hier von ihm hier? Hallo. Reden. Ich habe das Ding. Bekomme ich jetzt Kuchen. Ach so. Geht das hier mit? Ach so. Tastatur. 10.000. Ich habe eine neue Waffe. Ne, ist die gleiche. Oder? Noch vier noch? Ich denke mal, ich soll mich jetzt verpieseln, oder? Okay, dann soll ich mich wahrscheinlich jetzt verpieseln. Dann gucken wir mal, wo es uns jetzt verpieselt. Ich fühle mich als ein verdammter Babysitter. Aber du weißt was? Babysitter machen gute Geld. Scheiß Babysitter. Okay. Ja, dann mal sehen, wie lange das diesmal wieder dauert, bis ein neues Update kommt von Experience. Ob es denn das diesmal wieder so lange dauert? Naja. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass die ganzen Einstellungen so geblieben sind. Weil ich habe jetzt einfach auf blauen Dunst aufgenommen. Na, schauen wir mal. Okay. Uuha! Edle Held. Welcome to the shiny, happy future. Hehe. One out of three ain't bad. Besser als nichts. Okay. Hab schon wieder okay gesagt, ne? Gibt's hier irgendwas? Vor allem, wie bin ich denn jetzt hierher gekommen? Okay, hier geht's ziemlich weit runter. Kann ich die Dinger auch kaputt machen? Das ist ja doof. Oh! Oh! Und das? Hahaha. Ist ja... Hopp! Oha! Sogar die Lampen kann ich hier kaputt machen. Das ist ein tolles Funko hier. Okay, lassen wir den Quatsch. So. Da hinten muss ich hin. Was ist denn das hier? Das soll das Blumen sein. Ach, das ist offen hier. Okay, Dirk ist nicht kaputt. Ich denke mal, hier ist ein Kreuz. Na gut, ich muss erst mal da hinten hin. Warte mal, da war doch was blaues, ne? Was ist das Blaue? Ist das da, wo ich starte? Hm. Na gut, ist egal. Ich muss erst mal da hinten hin. Scheiße, Müll einmal. Ah, das sieht schon bemerkenswert aus. Kommt man da drüben nicht rüber, sag mal. Irgendwie, gell? Da komme ich nicht rüber. Das ist ja doof. Ich dachte, da ist alles zu. Okay. Uah, jetzt wäre der Roller gefallen jetzt. So, gut, dann gehen wir erst mal hier hin. Wo war der denn die her? Okay, also kommen wir hier nicht rein. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, was kommt denn jetzt? Wo ist er? Also, ich muss sagen, manchmal ist das, ich will nicht sagen, über- und übersichtlich, aber manchmal sieht man gar nicht so, dass ich hier bin, wenn man die Maus bewegt. Oh, so geht es so, Alter. Warte auf, was zum holen. Ist das echt mein Maschinengewehr alle? Doch, doch nicht. Doch. Oh, Kacki. Das auch alle? Nee, das sind nicht alle. Ja, also bei den Kampfzehen, muss ich sagen, ist das alles ein bisschen sehr sehr unübersichtlich, also. Okay, da komme ich vorhin nicht durch. Ich denke mal, weiß ich mal gar nicht, wo man das jetzt hingucken soll. Oh, kann man hier auch dupen? Ja, dupen kann man mit STRG. Was ist das hier? Ich denke mal, hier oben warten schon die Nächsten auf mich. Da war so ein Kreuz wieder. Bopp, bopp, bopp. Bopp, bopp, bopp. Da dritt er sich, entschuldigen. Oh, Kerle laufen da auch rum. Oh, Gott. Da dritt er sich, entschuldigen. Untertitelung des ZDF, 2020